Oh, das hier ist aber schön. Das würde mir auch super stehen, oder? Ja, ja, tolle Hose. Aber jetzt entscheide ich endlich, ja? Oh, das ist aber auch total süß und das wäre super für meine Taille. Ja, ja, ist ein geiles Teil. Aber jetzt mach hinne, ja? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Doch, Philipp, nur noch ein bisschen, bitte. Sie müssen ihr schon ein bisschen mehr Zeit lassen. So eine Entscheidung ist für eine Frau lebenswichtig. Sie halten sich jetzt mal ganz raus, verstanden? Danke schön. Das wäre dann auch alles. Prima. So, das. Mach 3.675 Euro. 3.675 Euro? Liebling, wir haben es doch, hm? Ich wusste, es war ein Fehler, mit einer Frau eine Boutique zu überfalten. Na gut. Hier, stimmt so. Wiedersehen. Beim nächsten Mal bleibst du zu Hause.